Was wir in Deutschland erleben, ist eine handfeste Krise der Demokratie. Es gibt ganz viele Menschen, die sich von den Politikern, von den Regierungen, von der Politik nicht mehr vertreten fühlen, die sich im Stich gelassen fühlen, die sich abwenden. Der Sinn ist natürlich, die Parteien zu verändern. Also wie gesagt, wir haben ja hier eine Agenda vorgelegt. Wenn das eine gemeinsame Agenda werden kann der Parteien, wofür dann tatsächlich auch die Parteispitzen streiten, dann denke ich, können wir neue Mehrheiten gewinnen und dann kann es eine andere Regierung geben. Das hat mich nicht überzeugt. Das war eine ganz tolle Rede. Sie haben eine Bestimmung. Sie hat es schon gelernt. Ich kann es nur noch nicht akkredieren.